Die ganze Welt brach in einem Moment für mich zusammen. Ich habe hier nichts mehr, sagte Osher L. Adder der BBC. Der Krankenpfleger, der im europäischen Krankenhaus in Gaza arbeitet, erklärte, dass das Haus seiner Familie in Daya al-Bala in den frühen Morgenstunden des Sonntags getroffen wurde. Er selbst überlebte mit leichten Verletzungen. Israel hat sich zu diesem speziellen Angriff nicht geäußert, erklärte jedoch, dass seine Streitkräfte in dieser Region gegen Hamas-Gruppen operieren. Die israelische Armee behauptet, dass sie nur Mitglieder der Militantengruppe ins Visier nimmt und dabei versucht, zivile Opfer so weit wie möglich zu vermeiden. Unterdessen scheiterten die Bemühungen des US-Außenministers, einen Waffenstillstand zu erreichen, nach einer Reihe von Besuchen in Israel, Ägypten und Katar. Die Hamas beschuldigte die USA, von dem ursprünglichen Vorschlag abgewichen zu sein, dem sie zugestimmt hatten, während Israel die dauerhafte Kontrolle über zwei Korridore im Gazastreifen, einschließlich des Grenzübergangs zu Ägypten, forderte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017